Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Freitag, dem 15. Dezember. Guten Morgen im Geek Talk Daily. Janus Wien hier und bevor ich mit den Themen starte, möchte ich die Chance nutzen, nochmal darauf hinzuweisen, dass das heute meine letzte reguläre Folge im Geek Talk Daily sein wird. Es war ja bereits angekündigt, ich habe es auch Anfang der Woche schon gesagt, es gab auch eine Sonderfolge dazu. Ganz am Ende möchte ich einen häufig gehegten Wunsch unserer Zuhörer ein bisschen umsetzen noch. Es kam immer wieder mal der Wunsch nach einem Video. Dementsprechend wird diese Folge heute auch auf YouTube zu sehen gehen. Den Link findet ihr gleich zu obersten in den Shownotes, darum weise ich jetzt gleich am Anfang darauf hin. Dann könnt ihr dort hineingehen und euch dort diese Folge quasi anhören bzw. eben auch ansehen. Ich warne euch gleich vor, das ist mit einem schmunzelnden Auge zu sehen, was es genau ist. Schaut mal auf YouTube vorbei. Wir kommen zu den heutigen Themen und ich spreche heute über Disney, Snapchat, Storyfy, OpenSSH, Atari, den iMac Pro und Apple Software. Wir beginnen bei Disney und da gab es jetzt eine riesengroße Übernahme. Disney übernimmt nämlich 21st Century Fox für 52,4 Milliarden US-Dollar. Damit übernehmen sie ja im Endeffekt so ziemlich alles von dem Sender, was Fernsehen und Serien betrifft. Offensichtlich möchte Disney quasi sein Angebot hier ausbauen. Die planen ja einen eigenen Streamingdienst, ziehen ja auch die eigenen Produktionen von Netflix ab. Jetzt haben sie dann so Marken wie die X-Men, Avatar und die Simpsons unter sich. Genauso jetzt auch einige Filmstudios, eben zum Beispiel 20th Century Fox, Fox Searchlight und Fox 2000. Das Einzige, was noch ausgelagert bleibt quasi, sind diese ganzen Broadcasting Networks, die es da irgendwie von Fox noch gibt, die dürften für Disney eher uninteressant sein. Vor allem da haben sie ja auch schon eigene Dinge im Angebot quasi, da lohnt sich der Zukauf für sie offensichtlich nicht. Und auf der anderen Seite muss man sagen, über 50 Milliarden US-Dollar ist natürlich ohne die schon eine riesen Ansage. Okay, willkommen zu Snapchat und die haben heute den Wunsch vieler User wahrgemacht. Die haben das Lens Studio veröffentlicht. Was ist das Ganze? Eine Mac-Software, auf der ihr eigene World Lenses und eigene Masken erstellen könnt. Die Masken gibt es leider nur für Business-Nutzer und Werbetreibende. Die Lens Views, also die World Lenses, kann aber jeder erstellen und machen. Dementsprechend, ja, ganz interessante Aufbohrung des Services. ER ist ja ein großes Thema. Dementsprechend, ja, gutes Angebot. Leider aktuell eben nur für den Mac erhältlich. Eine eher negative Nachricht aus dem Bereich Social Media gibt es noch leider. Storyfy schließt im Mai 2018. Was war Storyfy oder was ist Storyfy? Ein Programm bzw. ein Webdienst, mit dem wir Tweets, Facebook-Einträge einfach so zu einer Story oder so einer Geschichte zusammenstellen können. Das ist recht nett, habe ich selbst ab und zu genutzt. Und mit Mai 2018 ist leider Schluss. Wichtiger Hinweis auch an alle, die das verwendet haben. Sie löschen ab dann auch ziemlich sofort all eure Daten und alle Storyfy eben. Eine lustige News aus der Microsoft-Welt und das ist so ein bisschen, als würde die Hölle zufrieren. Microsoft hat sich dazu entschlossen, Open SSH in den Windows-Kernel zu integrieren. Ist ab sofort per Update quasi möglich. Gibt es das eigene Kommando und ist auch in der PowerShell verfügbar. Wir kommen zu Atari und da habe ich eine News dieser Woche zu widerrufen und ich bin noch ein bisschen angesäuert. Ich habe angekündigt, dass am Donnerstag die Vorbestellungen für die Konsole von Atari, die neue, die über Kickstarter laufen soll, starten wird. Dem ist leider nicht so. Atari selbst hat diese Info noch rausgegeben am Anfang dieser Woche und jetzt hat man sich kurzfristig dazu entschieden, das doch nicht zu tun. Offensichtlich gibt es Probleme bei der Entwicklung bzw. bei der Produktion, die man Anfang der Woche noch nicht gesehen hat. Komisch. Aber ja, sei es wie es sei, leider hat man sich dazu entschieden, die Vorbestellungen nicht zu starten. Man möchte in den nächsten Wochen aber zumindest Infos herausgeben, wann sie denn endlich starten sollen. Wir kommen zum iMac Pro. Der ist ja gestern gestartet und wir wussten ja bereits im Vorfeld, dass er kein Schnäppchen sein wird. Die Euro-Preise sind jetzt bekannt, die starten bei 5.499 Euro. Die Kiste lässt sich ohne Software raufkonfigurieren, bis zu 15.000 Euro. Viele Leute haben mir schon angenommen, dass es bis zu 20.000 Euro gehen konnte. Es war ein bisschen günstiger. Was kriegt man für die ganze Kohle jetzt? Naja, das ist schon relativ viel. Im Endeffekt ist es möglich, das ganze Ding raufzukonfigurieren, bis zu 18 Kernen und einem 2,3 GHz Xeon Prozessor. Es gibt bis zu 128 GB RAM, aber nur 4 TB SSD. Narayton Pro Vega 64 mit 16 GB Speicher. Ja, sonst jede Menge Zeugs noch dabei, aber das war eh schon das, was man erwartet hat. Ganz wichtig auch, das Ding ist in schwarz, wie hübsch, beziehungsweise in Space Grey gehalten. Und auch das Zubehör ist in Space Grey, das gibt es allerdings nur für diesen iMac. Ebenso ist sogar das beiliegende Lightning-Kabel ganz in schwarz. Wobei, das könntet ihr zum Beispiel auch bei Beats bekommen. Da gibt es auch schwarze Lightning-Kabel dazu. Falls das jemandem wichtig wäre. Die letzten News für heute passend zum iMac Pro Release. Darf und wenn aber mehr User was haben wahrscheinlich. Apple hat jede Menge Updates veröffentlicht für Final Cut, für Motion, für Kompressor und für Logic. Das ist also vor allem jetzt was für unsere kreativen Zuhörer. Weil das sind ja quasi die Audio- und Video-Tools von Apple. Einerseits a, um die große Leistung des neuen iMac Pro auch ausnützen zu können. Aber b, auch um Anwendungen für VR, HDR und das neue HFC-Format zu ermöglichen. Ebenfalls ist 360 Grad VR mit dem Ding jetzt möglich mit der Software. Die Updates gibt es auch sofort, also sind schon verfügbar. Dementsprechend auch auf anderer Hardware könnte die Software dann schon entsprechend benutzen. Ja, das war's mit meiner heutigen Folge und das war's insofern für mich auch beim Geek Talk Daily. Ich muss gestehen, ein bisschen traurig bin ich schon, auch wenn ich die Entscheidung für mich nach wie vor für sehr richtig empfinde und aktuell erleben, wie wir das auch schon in den News hatten, nicht mehr ganz zu meinem Lebensablauf aktuell passt. Dementsprechend, ja, ich sag vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt 270 Folgen, das heißt zu ungefähr 90, sagen wir mal fast 100 müssen von mir sein. Das ging jetzt 13 Monate. Das war eine sehr spannende und sehr aufregende Reise, die wir vor allem für euch gemacht haben, liebe Hörer. Und ihr habt uns da auch nicht im Stich gelassen, ganz im Gegenteil. Sondern, ja, wirklich spannende Reise, viele treue Hörer. Es freut mich sehr. Ich bin aber nicht aus der Welt, um Gottes Willen, um das auch nochmal zu sagen. Ich bleibe kein Teil des Geek Talks. Es könnte auch sein, dass ihr mich hier auch irgendwann als Vertretungssprecher quasi wiederhört. Ich hoffe, ich weiß ja noch, wie das Ganze geht. Ja, nicht so lange auf die Tränentusse drücken möchte ich nicht. Ich wünsche euch in diesem Format quasi mal auf jeden Fall schon frohe Weihnachten, einen guten Rutsch in diesem Neuer Jahr. Wir hören uns hoffentlich über die eine oder andere Art bald wieder. Und daher Freitag ist auf jeden Fall auch ein schönes Wochenende. Und viel Spaß mit Star Wars. Ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.